Was ist eine atypische Lungenentzündung? Eine atypische Lungenentzündung unterscheidet sich von einer typischen Lungenentzündung dadurch, dass sie andere ursächliche Erreger hat, als allgemein zu erwarten ist. Viele typische Lungenentzündungen sind auf eine bakterielle Ansteckung mit Bakterien wie Streptokokken zurückzuführen. Viren, Pilzinfektionen, Bakterien oder andere Elemente können Formen einer atypischen Lungenentzündung verursachen, deren Schweregrad variiert. Viele Quellen identifizieren atypische Lungenentzündung als viral, oder sie sprechen nur von Lungenentzündung durch Mykoplasmen, die manchmal als Gen der Lungenentzündung bezeichnet wird. Es ist zwar richtig, Mykoplasmentneumonie als atypischen Typ zu identifizieren, es gibt jedoch viele andere, die bei der Diagnosestellung berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört die Schwerelungenentzündung, die sich aus legionellen Bakterien entwickeln kann. Andere Arten werden durch Chlamydiophyllatneumonie, eine Form von Parasiten, Coxie labonidi und Franzisella tularensis, verursacht. Diese letzten Arten von Mikroorganismen sind relativ selten, Mykoplasmininfektionen jedoch sicherlich nicht. Dies erklärt, warum in medizinischen Fachberichten Mykoplasmin als Hauptursache für atypische Lungenentzündungen genannt werden können. Dadurch werden mögliche andere Ursachen ausgeschlossen. Angesichts der verschiedenen Arten von Quellen, die zu einer atypischen Lungenentzündung führen können, kann die Symptomexpression einen signifikanten Bereich aufweisen. Die meisten Menschen würden schwer atmen und ausgeprägtes Husten haben, und manche haben Fieber. Weiße Blutkörperchen können niedriger sein als bei einer typischen Lungenentzündung und sind in der Regel nahezu normal. Ein Indiz dafür ist, dass die Reaktion auf ein durchschnittliches Antibiotikum tendenziell schlecht ist und die meisten Menschen Medikamente wie Penicillin nicht verbessern. Einige Menschen, insbesondere diejenigen mit Mykoplasma, können sich ohne medikamentöse Behandlung bessern oder sprechen besser auf Medikamente an, die am besten zur Bekämpfung von Mykoplasma geeignet sind. Da atypische Lungenentzündungen äußerst schwere Formen der Lungenentzündung umfassen können, kann die Behandlung sehr unterschiedlich sein. Personen, bei denen eine Lungenentzündung vermutet wird, benötigen andere Antibiotika. Trotz der Schwere dieser Krankheit profitieren viele Menschen von Antibiotika und können sich vollständig von der Krankheit erholen. Entgegen der landläufigen Meinung ist eine Übertragung dieser Krankheit von Mensch zu Mensch nicht möglich, es sei denn, die Keimer sind in der Lage, eine Wasserquelle zu kontaminieren und in Nebelform freigesetzt zu werden. Dies ist in den meisten Einstellungen unwahrscheinlich. Alle Symptome einer Lungenentzündung wie schweres Husten, Atemnot, hohes Fieber und das Gefühl, völlig erschöpft zu sein, sind ein echtes medizinisches Problem. Die Menschen sollten sich von einem Arzt beraten lassen und möglicherweise eine körperliche Untersuchung und eine Röntgenaufnahme der Brust haben. Ob atypische Pneumonie in diesem Stadium diagnostiziert wird oder nicht, ist variabel. Ein Röntgenbild, das die Ansammlung von Flüssigkeit in der Lunge mit einem normalen weißen Blutkörperchen zeigt, könnte ein Hinweis sein. Manchmal wird die Tatsache, dass eine Lungenentzündung atypisch ist, übersehen. In diesem Fall sollten die Patienten darauf achten, wie sich die Symptome bei Standard-Antibiotika verbessern. Andererseits empfehlen einige Ärzte Antibiotika, die bei der Behandlung einer typischen und atypischen Lungenentzündung nützlich sind. Wenn sich die Symptome nicht zu bessern scheinen, sollten die Patienten nicht zögern, ihren Arzt zu kontaktieren. Eine andere Behandlung kann angezeigt sein.